Hallo Matthias, geht's dir gut? Mir geht's bestens. Schöner Schnee draußen, freust du dich? Traumhaft. Traumhaft, bis nach Weihnachten. Na, zwei Tage zu spät oder drei. Alles weiß in Tippach. Aber herrlich. Jetzt kannst du das ganze Wochenende durchschneiden und am Montag muss er wieder weg sein. Oder so ist es am allerschönsten.